So, und weiter geht's hier, weil ich gerade so Lust auf Skyrim hab. Ah, da ist ein Gegner. Ich sollte vielleicht mal meine Waffen raus holen. Äh, dann jetzt hier. Ja! Haben die? Das war richtig gut eingesetzt. Der letzte. Alle drei so schlecht, ey. Äh, wo hab ich den anderen zerfetzt? Kann man es ja jetzt schon fast nennen. Da waren noch Pfeile, boah. Pfeilräum, boah, das wird ständig aufgestockt. Jetzt von da hin. Da wird wirklich... ...gearbeitet hier. Was ist denn das? Ach, das war die Falle. Ich ausgelöst hab ja dann doch. Ah, du Straßenräuber. Tschau. Äh, sonst war hier nix. Gold nehm ich mal so. So sporadisch so nehm ich immer das Gold. Also, ja. Also, ja. Boah, das kann man immer brauchen. Ähm, ach. Hm. Hm. Das hab ich natürlich gesehen. Aber, ich wollte jetzt nicht unbedingt, ähm, damit gleich rumprallen, dass ich alles sehe. Deswegen hab ich das jetzt erst mal... Stimmt ge... Alter. Wo kämpft der denn? Hättest meine Deckung nix ergeben. Wann ziehst du denn? Alter. Weiß er nicht, aber die Leute... Ah, fuck. Jetzt hab ich zu viel Zeug dabei. Äh, Objekte, Waffen, den blöden Langbogen... ...oder Jagd. Ich hab ja hier meinen kaiserlichen... Äh, gut. Müll. Nix hat er. Hab ich nicht noch einen besiegt, irgendwie? Und wie? Ich gucke erst mal hier rein. Sie skippt. Außer wo rein. Hahaha. Oh Mann, hat sich das gewöhnt? Es war schon irgendwie schlecht. Bats. Das war echt nicht gut. Äh. Was hängt denn hier so rum? Ich hab bestimmt irgendwas draus zu machen. Ach, ich muss gar nicht mehr drauf raus holen. Das war eigentlich ziemlich einfach. Äh, Eisendalch, Dietrich, Gold... ...und Pfeil. Äh, aha. Ja. Hier ist Ende. Da versuche ich hier so hinzu. Ja, es ist wert. Und deswegen... ...werf ich jetzt... Wie viel Gewicht brauche ich denn? Eins. Kann ich auch nur Begleitung wegwerfen. Ich setz zweimal die schwarze Magie rum. ...und Stahlschild. Wieso trage ich denn den noch mit rum? So, der kann bleiben. Mhm. Okay. Hier ist wieder zu Ende. Das heißt, wir müssen diese Richtung wählen. Eine Flöte... ...neber abgehacktem Arm. Ja, Kombination ist... ...sehr strange. Ach, Runderspringen. Das kann ich doch abwarten. Schiffe. Hm. Das war schwierig auszuhören. Ah, schwierig finden. Ja. Tu es. So willst du ja nicht. Egal dann. Ich auf jeden Fall. Schau mal so. Äh, das war... Ah, okay. Das war die Abzeigung. Gut, dann habe ich die auch noch... ...mit eingebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Passt doch alles. Das komische Koba... ...Kodium R2. Was heißt? Ist auch nicht so wichtig. It not so wichtig. It not so wichtig, ja. Ich spreche besser Englisch... ...als... ...auf das Schwert habe ich schon. Ja, ja. Bücher. Bücher. Bücher, 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 Bücher. Und... Natur. Gold. Die ganzen Bücher, ey. Die... Oder eigentlich kann ich es zurücklassen. Die ALLE mitnehmen. Und dann werfe ich jetzt wohl irgendwie so... ...Kleidungsstiefel. Da habe ich... Ah, ein bisschen viel, oder? Da gelasst, ja. Da müssen wir... ...bücher leiten. Ja, komm, es nacherzählt. Und bringt hier random Bücher. Ach, es reicht ja schon. Hier sieht es mir ja doch noch... ...mach irgendwie. Wecke Ballert. Kurz da, den Banditen, der mir sonst... ...nach so viel Damage reingehauen hätte. Ja, das ist sehr blutig hier alles, aber... ...das Ding, dass wir so viele Frauen haben, die da mitkämpfen. Aber die haben es wahrscheinlich auch drauf. Ah, die ist gar nicht verschlossen schon. Haha, den nehm ich mit. Objekte... ...Kleidung... So, der... ...der... ...Zwergenhelm... ...is schon so besser. Kann ich den auch fangen lassen? Ich krieg euch schon. Ich krieg euch schon. Was? Da geh immer noch zu viel? Ah... Wie viel brauch ich denn noch? So viel? Ja, das Schwert ist nicht so toll. Naja... Bin ich jetzt da. Und? Gefällt euch das? Jetzt ist alles klar. Ja... Ah... 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 War das dumm... Ah... Oh... Oh Gott... Oh Gott... Ah... Ich muss wieder zurückgehen... Ah... Oh Gott... Das ist wieder blöd, ey... Ah... 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 So... Was macht er denn schon wieder? Ah... Ich mach kurz ne Pause... ...und dann kämpf ich mich da... ...allein durch. So... Hier gehts weiter mit dem Orkschen-Pfeil. Ja, ich muss kurz den... ...Typen ausschalten, der mich beim letzten umgebracht hat, diese Zeit. Ah... Ah... Aha... Ah... Ja... Ja... Hahaha... So sieht's aus... Ich hab alles im Video gemerzelt... Schon fast... Äh... Ja... Nee... Gar nicht... Ich mach mit zwei beschworenen Schäden kämpfen... Geil... Ah ja... Da spielt wohl jemand den Multiplayer von... Keine Ahnung was... Und wer auch immer das ist... Wie gesagt... Weiß ich selber nicht... Äh... Hier hatte doch jemand den Helm... Nicht... Hier war doch irgendwo so ein Helm... Ach Gott... Äh... Nicht das... Äh... Äh... Ja... Passt... Schön... Speichern... Hier lang muss ich... Eine Truhe... Und Meister kann ich... Gleich aufgeben... Meister ist nichts für mich... Zu gut bin ich nicht im Schlosskirchen... Äh... Ach... Ich kann viel... Bitte noch... Hm... Lebt noch... Denk daran... Immer auf den in der Mitte ziehe... Aha. Ach Gott. Ich stehe gerade sehr schlecht. Äh, Zaubertränk. Das sollte reichen, oder? Ähm. Du kriegst jetzt mal hier das ab. Und das. Was? Alter. Hey, der Typ ist echt hart. Warum ist der so hart? Okay, ähm. Er hat noch Gold und Pfeile. Und Pfeile. Ich habe eine Idee. Und wo? Wo hockt der Kerl? Da hockt er in der Mitte. Ich spring. Denk daran. Immer auf den in der Mitte spielt. Ah, das ist die einzige Deckung, die er hat. Jetzt war viel schlauer, wildechte Gegend zu rennen gegen mich, weil dann treffe ich gar nicht mehr. Fuck. Ich glaube, der hört auf mich. Ich muss ja auch mal meine Schieße konzentrieren. Ach. Was war das für eine? Könnte natürlich jetzt Werwolf kaputt machen. Aber ich weiß halt nicht, ob das klappt. Ich probiere es mal aus. Äh, nicht Objekte, Magie, Kräfte, Bestien gestoppt. Wenn ich mich natürlich jetzt schon vorher umbringe, tue ich das ganz scheiße. Ach Gott. Äh. Laden. Okay, dann verwandle ich mich vorher und springe dann drüber. Das bewegte ich nochmal aus. Okay, Kräfte sind gestalt. Mhm. Ach, das war der Anführer. Kann ich mich jetzt davon ernähren? Ah, da rennt. Das ist ein Zirbelzantik. Warum? Wie geht das so fucking... Yeah, kann ich ja auch. Eben konnte ich irgendwas benutzen. Hm. Ach so, wenn ich hier da... ...an den Leuten freyse, dann kann ich länger in Werwolf gestaltet bleiben. Was das jetzt eigentlich nicht wird. Wie wäre ich denn kack jetzt? Ich wollte den eigentlich looten. So. Hier geht's bestimmt raus, ja. Hm. Wann bin ich denn noch ein Werwolf? Ha! Ja. So, der wurde jetzt auch noch fertig gemacht, der dumme Sierbezantiger. Ja gut, eigentlich... Ja, das ist doch... Egal, ich frag mich auch, wie der rausgekommen ist. Hm. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich wieder in der menschlichen Gestalt bin. Bis dahin. Tschau. Tchau. Tchau. Tchau.